Hallo und willkommen bei Hardware Rath. Hier das Update des 300 Euro Gaming Computers November 2019. Erstmal, weil ich weiß, dass die Kommentare kommen werden, viele werden es nicht einsehen, dass es ein Gaming PC ist, ich habe ihn aber auf Gaming konfiguriert. Wäre es kein Gaming PC, sondern ein Büro PC, würde ich andere Komponenten nehmen. Klar, er hat nicht sonderlich viel Leistung und man kann viele Spiele damit nicht spielen, aber die Konfiguration ist halt so bestimmt. Der PC ist nämlich außerdem dafür konfiguriert, dass man ihn noch sehr gut upgraden kann, was man auch machen muss, wenn man ihn lange benutzen möchte, beziehungsweise später auch neuere Spiele spielen möchte. Wer einen PC möchte, mit dem er auch aktuelle Titel spielen kann für 300 Euro, der ist gezwungen, sich auf den Gebrauchtmarkt umzuschauen, neu geht das leider nicht. Als Prozessor der AMD Ryzen 3 2200G mit 4x3,5 GHz, er hat einen Turbo-Takt von 3,7 GHz, 65 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit und er hat einen Boxkühler gleich mit dabei. Von der Prozessorleistung her reicht der Prozessor für neuere Spiele auch noch zum flüssigeren Spielen aus. Mit der Grafikeinheit allerdings eher weniger, es ist eine Vega 8 Grafikeinheit mit 512 Shade-Einheiten, diese takten standardmäßig auf 1126 MHz. Diese sollte man aber auf jeden Fall übertakten, denn 1500 MHz sind auf jeden Fall drin, teilweise auch 1600 MHz und damit kann man nämlich noch ordentlich Leistung rausholen. Allerdings reicht die Grafikkarte aus, um beliebte Spiele spielen zu können, wie zum Beispiel League of Legends, Minecraft und sonstige Spiele, die ziemlich viel gespielt werden, aber nicht so hohe Anforderungen haben. Sogar auch Fortnite läuft damit, allerdings muss man hier die Grafikanstellungen wirklich ziemlich weit runter setzen, damit man ein flüssiges Spielerlebnis hat. Weiter geht's mit dem Mainboard einer SROC AB350M Pro 4 mit dem AMD B350 Chipsatz, seit USB 3, S8H3, 4 DDR4 RAM-Bänke, PCI-SPRESS 3.0, einem 2-Slot, 5.1 Sound und am IO-Panel 2x PS2, 2x USB 2, VGA-D4 und HDMI, 4. integrierte Grafikeinheit des Prozessors, 1x USB-Typ C, 4x USB 3, eine LAN-Buchse und 3,3,5mm Klinken für den Sound. Mit dem Board hat man natürlich keine Probleme für Upgrades, es hat 4 DDR4-Slots, Arbeitsspeicher aufrüsten ist also kein Problem, PCI-SPRESS 3.0, also hier Grafikkarte kann man auch reinstecken, welche man will. Es hat M.2 PCI-SPRESS für eine sehr schnelle SSD und auch kann man zum Beispiel einen Ryzen 5 3600er mitbetreiben ohne Probleme. Bei der neuesten Charge der Boards ist sogar das Ryzen 3000er Update gleich mit drauf. Nun zum Arbeitsspeicher, 8 GB G-Skill Rip Jaws 4, DDR4-2800 und CL16 sind recht flott, hier lohnt sich aber auch das Übertakten, denn davon profitiert die Grafikeinheit. Es ist ein Dual-Kit, was bedeutet man kann ihn im Dual-Channel-Modus betreiben und 8 GB reichen derzeit für flüssige Spiele noch aus. Nun zur SSD, eine 120 GB Cushel BX500, es ist eine der schnellsten Einstiegs des ATA-SSDs und 120 GB reichen in Regel aus für das Betriebssystem und alle Programme. Für weiteren Speicher als Festplatte eine 1 TB Toshiba P300, es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1 TB sollen für die meisten unter euch locker ausreichen. Nun zum Netzteil, das 400 Watt BeacWide System Power 9, es ist ein Multi-Rail DC-DC Netzteil mit 80 plus Bronze und mit 400 Watt hat man noch genügend Platz für Upgrades, eine Grafikkarte aufrüsten ist kein Problem. Und zu guter Letzt das Gehäuse, ein Silencium PC Signum SG-1M, es ist ein relativ schlichtes Gehäuse, bietet aber CPU-Kühlerplatz bis 161 mm und Grafikkarten bis 325 mm. Hier ist man also beim Upgraden nicht sonderlich limitiert, außerdem ist ein 120 mm Lüfter schon vorinstalliert. Das war jetzt die gesamte Zusammenstellung, zusammen kostet sie gerade ca. 307 Euro, ich bin jetzt nicht ganz auf 300 Euro gekommen, die Einsparmaßnahmen wären zu heftig gewesen. Und jetzt noch Alternativen, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte. Für 3 Euro mehr gibt es Arbeitsspeicher mit ein bisschen mehr Takt, 3200 MHz statt 2800 MHz. Wer nicht übertakten möchte, für den wäre das eine Empfehlung. Für gerade einmal 17 Euro mehr gegenüber den ursprünglichen RAM gibt es aber auch die doppelte Menge an Arbeitsspeicher. Mit 3000 MHz kann man auch sehr gut empfehlen. Für 20 Euro mehr bekommt man eine 2 TB Festplatte anstatt einer 1 TB Festplatte. Oder für 9 Euro mehr bekommt man eine 240 GB SSD anstatt einer 120 GB SSD. Wer allerdings stärker aufrüsten möchte bei dem PC, der kann sich auch ein besseres Netzteil holen. Das 500 Watt Pure Power 11 kostet ungefähr 18 Euro mehr gerade. Alle Links zum Preisvergleich der Teile findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr, wenn ihr wollt, euch den PC bei mir im Shop kaufen. Ein Link dazu findet sich in der Videobeschreibung mit dem kompletten Warenkorb. Außerdem biete ich euch noch an, für 50 Euro den PC zusammenzubauen. Das ist bei mir der Service komplett. Wer allerdings den PC selbst zusammenbauen möchte, aber noch nie einen PC zusammengebaut hat, den kann ich meine Playlist empfehlen, wie man einen PC zusammenbaut. Link dazu natürlich auch in der Videobeschreibung. Das war es dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.